Oh, oh da sind welche. Ja, oh mit einer Sprenglanze. Scheiße, eh? Wer war das denn? Nice. Alter, heute geht es ab mit der Chrome. Ich habe keinen gekillt. Ich habe mich wie so ein Lappen über den Haufen schießen lassen. Dafür war es deine Runde. Man muss es dir auch gönnen und du hast es dir verdient. Schade. So, dann werde ich gleich mal von einem erschießen. Mal schnell nachladen. Deine Textur ist noch nicht richtig fit bei mir. Ich bin jetzt erst da. Jetzt werde ich erst gut. Du hast einen heißen Arten. Aber dein Wrack, ist das halt so aussehen? Ne, sieht ziemlich trostlos aus. So, als fehlt da noch was. So, die feine Struktur oder so. Hm. So, wo ist es, das Ding? Warte, musst du auf den Kopf ziehen. Okay. Die sind sofort tot. Tja. Oh, habe ich dich jetzt erwischt? Ungünstig. Zum Glück hast du einen Bolzen fallen lassen. Sonst hätte ich ihn aus dir rausziehen müssen. Oh. Oh, da sind welche. Der eine ist ganz schön angehebt. Ich bin zum Glück. hey alter mann jetzt hat die scheiß haif den kill ich habe das ist wieder so schrotflinte besser er stand ich habe hier geschossen er stand da drüben auf dem fluss das sind zwei meter oder drei das ist drei meter sein da sind umgefallen das ist doch kacke ist das doch weiß ich nicht wahrscheinlich ja also ich habe jedenfalls nicht auf die beine geschossen ich habe ihm vorhin wo es ihren an den bäumen standen habe ich ihnen schon mal in rücken geschossen da war nichts so jetzt habe ich ja sehr schön ja für die kronen king ja da kommen wir in unsere so schleichen wir uns doch mal raus oder wollen wir denen entgegen gehen das ist doch und die waren da wo der boss ist jetzt habe ich hier die scheiß Beine fest dieser blöde haif oh nein dieser idiot so jetzt muss ich mal medikit nehmen ich wollte ja schön ran aber da hat mich dieser pisspott entdeckt gibt es ja vielleicht noch oh du bist schon drin oh da steckt einer mit der springer und diesen jetzt sind wir den einen an der entwicklung nach hinten oh hat er mir eine verpasst einen hab ich warte ich muss mich heilen hinter dir kommt irgendwas er ist drin ok aber sein das denn oh der war es ich kann ja nicht mal sagen von wo ich glaube fast von jetzt von links von dir da standen sie alle beide da stand auch glaube ich mir da vorne stand ja alle zwei draußen ja 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 wenn du springen willst. Nice. Alter geil. Schönes Ding. Wenn wir das Bounty schön holen. Oh man, ich habe keinen gekillt. Ich habe mich wie so einen Lappen über den Haufen schießen lassen. Oh, Crowning King Engine. Hammer. Geil. Erstmal schön looten. Aber von denen hatte keiner. Die springen ganz so. Nee. Ich dachte der hier. Hier, hier liegt sie. Ich behalte die Crown King. So gut war ich bis jetzt noch nie bekehrt. Aha. Die ist richtig nice. Die war cool, man. Schade. Ich hätte auch noch welche umgebracht, aber naja. Wenigstens bin ich raus und habe gute Waffen lieber. Das passt schon. Dafür war es deine Runde. Man muss es dir auch gönnen und du hast es dir verdient. Schade. Hm? Nein, da hast du ja auch ein bisschen nicht gemacht, wo die HFT dazwischen kam. Vielleicht mal nachgucken. Das unterstützte Tötung war auch eher kein Jäger. Ach naja. Ach das ist doch egal. Das ist... Hauptsache vier Jäger. Fünf sogar. Hä? Wo war'n der Fünfter? Ah. Zwei. Ach nee. Stimmt. Wir hatten ja zwei vorne schon. Ja stimmt. Die habe ich ja ganz vergessen. Am Anfang. Das müsste jetzt sein. Eigentlich schon. Guten Morgen. Bis zum nächsten Mal.